Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 Walkaround. So, heute mal wieder ein bisschen was Informatives. Ich möchte mir jetzt auch selbst eine Challenge auferlegen. Dementsprechend mache ich das jetzt alles mal frei aus dem Kopf. Ich habe mich jetzt mal nicht vorbereitet. Aber worum soll es heute gehen? Es soll heute einmal um unsere wunderschöne X01 Power Armor gehen. Denn ich habe hier so ein paar Sachen, ja, hier schon mal ein bisschen drauf gesetzt, was wir jetzt schon da hatten. Und wir wollen sie jetzt mal so ein bisschen lackieren. Also im Endeffekt eigentlich nur ein optisches Update. Und zwar geht es jetzt um die Nuka-Cola Power Armor Lackierung für Quantum. Also Quantum, sehr wichtig. Das heißt, wir wollen unsere Power Armor ja nicht mehr so gelblich-schwarz lassen. Silber ist auch doof. Und wir wollen ja auch nicht unnötig Geld jetzt im Shop ausgeben. Dementsprechend, ja. Gibt es nur eine Variante, wie wir jetzt ganz fix an eine rankommen. Ich würde es jetzt, wie gesagt, flawless versuchen. Wenn ich nicht weiterkomme, dann gucke ich nach. Ja, ich habe es mir aufgeschrieben, wie welche Karte und bla bla. Aber gut, den ersten Anfang, den weiß ich noch, weil es hat mit dem Klo zu tun. So, wir befinden uns hier vor dem Nuka-Cola-Werk. Und da gehen wir jetzt auch mal rein, weil da fängt das Ganze jetzt einmal an. Gut. Weil Nuka-Cola hat immer was mit Cola zu tun. Und dadurch, dass das Update jetzt ist, habe ich mir gedacht, okay, gut, jetzt, ähm, ne. Das Update ist ja jetzt schon ein paar Tage her. Jetzt müssen wir ja langsam mal gucken hier. So. Gegner sind eigentlich sowieso nebenbei machbar. So. Jetzt sind ja hier nur ein paar Jühlchen. Maximal. Die dürften wir eigentlich mit dem Gauss sogar auf der Brust wegschießen. Also. Noch nicht schon mal ein Problem. So. Mal den nächsten. Ah, Munition. So, wir gehen jetzt vom Haupteingang rein. Ich meine, das war vom Haupteingang sogar besser als von irgendeiner anderen Seite. Aber ich meine, dann war das ja gleich irgendwo rechts oder links. Auf der rechten Seite meine ich aber eher. So. Hm. Ja, mal gucken. Wie gesagt, das ist schon bei mir ziemlich lange her. Und das ist auch fast in den allerersten LP-Folgen überhaupt. Genau. Hier brauchen wir einmal eine H-Klammer. Plus Null ist ja jetzt nicht das Problem. So. Die Tür knacken wir. Ja. Out of order. Genau. Ja. Hier. So. Klo. Und wir haben hier gekoppelte Schlüsselkarte 1. Diese werden wir auf jeden Fall brauchen. Und dementsprechend nehmen wir uns die. Okay. Jetzt brauchen wir die zweite. Und die zweite haben wir leider den Schnellreisepunkt nicht. Na gut. Dann müssen wir da jetzt einmal von der Toilette aus schnell reisen hin. Und noch ein Stückchen laufen. Und dann nochmal ein ganzes weites Stückchen gehen. Und zwar in den Himmel. Aber jetzt nicht zu viel spoilern. Denn es ist schon wichtig, dass wir uns die Sachen holen. Weil wir wollen ja am Ende die Power Armor Lackierung haben. So. Jetzt hier einmal von der Mülldeponie. Eigentlich wollen wir nicht zur Mülldeponie. Wir wollen jetzt nach. Hoppala. Links Mausradgeld kommen. Tagara Town. Und da waren wir an und für sich noch nie so wirklich. Wir haben es immer nur von außen mal gesehen. Wir haben hier eigentlich immer. Ja. Eigentlich nicht viel zu sagen. Außer, dass es ein guter Säurespot ist. Und wir haben hier meistens eine Großkreatur. So wie jetzt da den. Das wunderbare Megafault hier. So, nehmen wir gleich mit. Zack. Hm, Kronkong. So. Was müssen wir jetzt hier machen? Als allererstes müssen wir nach oben gehen. Die andere Sache ist, dadurch, dass wir jetzt hier noch nicht da waren. Es gibt hier immer einen kleinen Säurespot. Im Sinne von Hühlengrillen. Das heißt, auf ein bisschen Giftschaden sollte man gefasst sein. So, jetzt war das hier oben hoch. Es ist halt hier so ein bisschen Kletterkurs. Seid vorsichtig, wenn ihr hier runterfällt. Ne? Ohne Power Armor. Äh, de, de, Matsch. Jetzt haben wir hier gleich irgendwo die Höhle. Wo waren die? Ne? Ich bin schon lange nicht mehr hier gewesen. Hier ist die Höhle. Noch eins höher. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Hier sind öfters Grillen drin. Die diesmal sogar verbrannt sind. Oh, oh, oh. Gut. Da sind noch mehr. Okay. Und ich glaube, ich habe noch meine Baudinger drin, oder? Von unserem... Jetzt lad das Ding nach. Böses Gift und so. Ich glaube, ich habe noch nicht umgeskillt, ne? Ne, habe ich nicht. Ich habe nicht umgeskillt. Ich habe hier noch Spaß, aber Buzzer... Ey, kein Wunder, dass hier überhaupt nichts hinhaut. Ich habe auch keine Gruppe wieder aufgemacht, weil ich wieder eine neue Session gestartet habe. Ein bisschen später. Habe ich sonst noch irgendwo was rausgenommen? Habe ich nicht noch einen Verteidiger? Ja, ich habe noch einen Verteidiger drin. Action Girl. Oh, ja. Ich kann wundern, dass sich das hier alles so schwammig spielt. Mhm. Und dann wundere ich mich wieder, warum ich hier wieder am Boden lieg. So. Ach, guck mal. Man kann Damage machen. Gleich wieder ein Unterschied. So. Einer haben wir hier noch. Die sehen wir dann gleich. So. Hier unten haben wir jetzt ein bisschen... Ja. Kleinkristall. Gold. Halt allen möglichen Käse. Noch eine wunderschöne Statue oder bezüglich Büstenkopf, den man so halbwegs im Boden sieht. Aber das hat jetzt nichts mit der Schlüsselkarte zu tun. Die Säure nennen wir uns natürlich mit. So. Hier hinten im Gang müsste noch irgendwo einer sein. Da ist sie. Gut. Da ist noch irgendwo einer. Looten und gleichzeitig halten. Das ist äh... Natürlich ganz gut. Einer ist hier schon gestorben. Gut. So. Wir wollen jetzt aber weiter nach oben. Mal gucken. Wo war denn das hier? Wo ging es hier? Hier war das. Nach ganz oben. Denn wir wollen wirklich hoch hinaus. So. Beuteltier ist halt empfehlenswert. Oder halt ein Jetpack. Denn... Wir wollen hier zu diesem kaputten Haus. So. Und bei diesem kaputten Haus... Müssen wir jetzt hier... Na komm. Pfeile und Schießpulver kann ich noch mitnehmen. Hier hinten einmal hin. Nimm mal kurzer Strohkissen weg. Und siehe da... Eine gekoppelte Schlüsselkarte Nummero 2. Genau. So. Die haben wir jetzt. Das heißt wir haben alle Schlüsselkarten. Jetzt brauchen wir aber noch einen Zugangscode. So. Den Zugangscode. Den bekommen wir. Hier hinten. Wo öfters mal Herz des Sumpfes ist. Und jetzt müssen wir Koffers suchen. Mal... In Koffers ist was Spezielles drin. Was wir brauchen. Na komm schon. Jetzt brech nicht immer das WhatsApp. Das funktioniert sonst nicht. So. Der war wieder gut. So. Hier haben wir jetzt noch ein paar Koffer liegend. Ich weiß jetzt aber nicht mehr in welchem Koffer das war. Ich weiß, dass es aber ein Koffer hier irgendwo war. Ne. Das ist ein Hinterbeinchen. Ah. Hier ist er. Nuka Cola Marketing Zugangscode. Gut. Koffer hier direkt unter dem Flugzeug. Und den brauchen wir. Gehe ich mal kurz aus dem Wasser raus. Ich sollte vielleicht mal was essen. Also. Hier einmal das essen. Dann können wir noch eine Lunge fressen. Komm. Ich fresse nochmal zwei Hundefuttertosen. Weil wir es können. Ein leuchtendes Steak. Und dann sind wir erstmal so weit wieder satt. So. Ich meine jetzt war es das Ingram anwes... Ja. Genau. Jetzt müsste es das... Ja. Ingram anwesend. Jetzt brauchen wir nämlich einen Boot. Den man sich jetzt einmalig generiert. Wir hatten das ja schon mal mit dem Alien Blaster. Und dementsprechend... Ja. Machen wir das jetzt nochmal. Und beim Ingram anwesend... Ich meine da war irgendwo das Terminal. Wo wir das machen konnten. Wie gesagt. Ist halt so ein bisschen Laufsammeloption. Und man muss halt auch ein bisschen durch die Gegend porten. Aber ist nicht schlimm. Wir brauchen ja unseren Key. Und ohne den Key können wir ja nicht weiter. Bezüglich. So kriegen wir halt das nicht. So. Jetzt mache ich hier aber trotzdem erstmal die... Ja. Ich weiß. Es gibt kein Verstecken. So. Und jetzt bin ich natürlich auch noch hier. Mitten hier. Überladen. Das ist... Super. Ich weiß gar nicht. War hier nicht noch eine Waffenbank oder so? Ja hier. Wolltest du Musik spielen mit deinem Todestambourin hier? Und dann ist es ein Kultistendolch. Ja ja. Das sind mir immer die Richtigen. Erst ein Todestambourin in der Hand. Und dann... Schwuppdiwupp. In ein Kultistendolch umgewandelt. Ja genau. Hier hinten war das. So. Hier haben wir ein kleines Terminal an der Wand. So. Willkommen treuer Marketingvertreter. Dafür brauchten wir nämlich den Zugangsschlüssel. So. Ähm. Achtung. Der Terminalzugriff auf Nuka-Cola-Marketingsysteme ist ausschließlich intern gestattet. Zugriff durch externe Nutzer wird mit Entlassung geahndet. Warnung. Sicherheitssystemfehler. Zur Schlüsselerzeugung sind Zugangsdaten erforderlich. So. Einmal Schlüssel erzeugen. Wichtig. Ihr könnt diesen Code nicht abschreiben. Schreibt ihn ab. Schafft er es nicht. Es klappt so nicht. Ihr müsst selber an dieses Terminal gehen und einen Einmal-Code generieren. Ohne diesen Einmal-Code habt ihr quasi ein Problem. Das heißt, den muss ich mir jetzt auch notieren hier einmal. Machen wir mal ganz gaudi hier. So. Dann haben wir einen 077. 6, 5, 8. So. Weil nur mit diesem Code könnt ihr jetzt das Nächste machen. Ohne den Code klappt das nicht. Und wie gesagt, jeder muss diesen Weg selbst gehen. Auch die Schlüssel und Ähnliches holen. Anders klappt das nicht. So. Das heißt, nicht den Code kopieren und sagen, ja hey, ein Turtle hat ihn ja schon gemacht. Dann kann ich da jetzt einfach mal hingehen. Das klappt leider nicht. So, jetzt muss ich erst mal gucken. Ich meine, das war entweder Ausblickhütte. Jetzt bin ich da unten ein bisschen verwirrt. Entweder war es die Ausblickhütte oder die da hinten, die jetzt Blutadler geworden ist. Weil wie gesagt, das ist schon ein bisschen her. Müssen wir erst mal einen Keller finden. Ich hole halt gerne die Zugangskarten immer zuerst. Weil so kann ich mir das leichter merken. Und, ja genau. Gut, war das richtige Haus. Also, sprich einmal zum Ausblickshütte. Und jetzt gehen wir einmal in die Ausblickshütte rein. Denn, wir wollen jetzt in den Keller gehen. Nee, das war nicht die Ausblickshütte. Oder? Doch, hier. Hier ist er. Ja, hier. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, ich bin im falschen Gebäude. Aber doch, jetzt bin ich richtig. So, hier gehen wir jetzt einmal in den Keller. Machen wir hier nochmal den Verbrannten weg. Haben wir hier noch einen? Ja. Haben wir hier noch einen? Ja, wir haben noch mehrere. Aber ich denke mal, das dürfte passen. So. Und zwar haben wir jetzt hier hinten einmal 0,2 und da steht 3 Sekunden. Und hier ist noch ein ID-Kartenlaser. So, die beiden Karten, die wir uns jetzt geholt haben, die schieben wir jetzt hier rein und dann hier hin. Ihr habt nur 3 Sekunden Zeit. Wenn ihr das richtig gemacht habt, öffnet sich hier die Tür, beeilt euch. Die Tür geht wieder zu, dann müsst ihr euch die Karten wiederholen. Weil die Karten werden aus dem Inventar genommen. So, mit euren Einmal-Code, den ihr bekommen habt, könnt ihr jetzt quasi... ...quasi... Jetzt muss ich erstmal meinen eingeben hier. So. Könnt ihr jetzt quasi hier einmal eingeben. Solltet ihr eingesperrt sein. Ja, genau das. Nicht schlimm, ihr könnt hier den Notausgang drücken und dann kommt der auch wieder raus. Raus. Jetzt hat sich da vorne eine Tür geöffnet. Ja. So, und auf dieser wunderschönen Podest, einmal hier Geheimtür im Angebot, haben wir jetzt den TNT Doom Key Nr. 7. Auch hier seid, äh, relativ fix unterwegs. Diese Türen schließen sich mit der Zeit. Solltet ihr hier drin sein, ihr habt einen Knopf, ihr kommt hier wieder raus, ihr müsst nicht unbedingt porten. So. Geheimtüren im Abverkauf. Nur für kurze Zeit erhalten Sie beim Kauf zweier Geheimtüren eine dritte dazu. Lassen Sie sich dieses unglaubliche Angebot nicht entgehen. Einbauen und Lieferungen im Angebot nicht enthalten. Käufer muss eine Zahlungsgebühr in Höhe von 35% entrichten. Zuzüglich Steuern und versteckter Gebühren. Alle drei Türen müssen identisch sein. Einzelheiten im Ladengeschäft. Nicht in anderen Staaten gültig. Mit dem Kauf einer Tür erklären Sie sich einverstanden, jeden Monat ein weiteres Produkt zu erwerben. Durch Lesen dieses Textes stellen Sie uns eine Erlaubnis zum Verkauf Ihrer personenbezogenen Daten. Wenn Sie in diese Bedingung nicht zustimmen, müssen Sie die Vereinbarung ungelesen machen. Okay. Das heißt, wir haben jetzt alle ein Abo abgeschlossen. So ein schlechtes Angebot. Jetzt kriegen wir alle Geheimtüren jedes Mal. So. Jetzt gehen wir wieder Richtung, ja, ein Camp. Einmal hoch. Da, wo die ganzen Bunker schon sowieso stehen. Denn wir haben ja jetzt einen neuen Schlüssel. Den Weg weiß ich jetzt sogar noch auswendig, weil den hat man früher sehr, sehr häufig benutzt, um diese zu verkaufen. Weil nicht jeder Spieler das damals wusste. Gut, mittlerweile wird es auch schon wieder gemacht. Deswegen, ja, es kann sein, dass er jetzt mal nicht da ist. Gut, bei mir dürfte es jetzt eigentlich zu 75% da sein. Und man hat das halt ordentlich, ordentlich abgefarmt, so. Ich bin so froh, dass ich Sie endlich gefunden habe. Ja. Dann gibt den Preis her. Sie sind der Gewinner der Great Appalachia Sweepstage. Mhm. Ich wurde bevollmächtigt, Ihnen Ihren Preis zu überreichen. Und der erste Schuss passt nichts. So. Schnudder halten jetzt. So, wie gesagt, hier hinten haben wir jetzt den nächsten. Damit haben wir Doom 7. Und damit können wir jetzt die Tür öffnen. So, und siehe da, wir haben ein kleines Labor. Ein bisschen Saft, den man sich mitnehmen kann. Und man sieht ihn eigentlich schon. Hier liegt der Bauplan X01 Power Rüstungslackierung Knuka Cola Quantum. So, ich lasse gleich gedrückt, damit wir ihn auch gleich lernen. Und wir haben hier auch gleich eine Power Rüstungsstation. Dementsprechend können wir natürlich hier auch gleich die Power Rüstung lackieren. So, einmal kurz ins Menü. Einmal hier den Helm. Ähm, statt Prototyp. Muss ich erst mal suchen. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ich ziehe nicht irgendwas mit Nuka Cola. Bin schon dran vorbei. Glaub ich bin schon dran vorbei. Ah, hier. Nuka Cola. Ja, hier. Nuka Cola Quantum Lackierung hieß sie. Ne, da war es doch. So, dann haben wir hier noch einen. Prototyp runter. Dann kann sich die gesammelte Rüstung richtig, äh, zur Geltung ziehen jetzt hier. So. Einige Teile habe ich sogar schon auf 200% repariert. Damit ich ein bisschen ressourcenlos werde. Erstmal alles reparieren. So. Nächstes. Haben wir jetzt noch ein Beinchen. Ja gut, das war nicht kaputt. Das müssten wir mal benutzen, damit es kaputt wird. Ja, äh, nö, 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 nö. Hier, ich bin schon wieder dran vorbei. Heute ist mein Alphabet nicht das Beste. Nein, Extras haben wir ja noch keine. Leider. So. Nuka. Da haben wir sie. Und jetzt noch ein Teil. So. Prototyp. Und da haben wir sie. Nuka Cola Quantum. So. Hoppala. Ne, ich wollte einsteigen. Ich wollte nicht, äh, aufsummen. Ich wollte einsteigen. So. Können wir jetzt hier einmal kurz rein in die gute, neu lackierte Rüstung. Und haben jetzt quasi eine schicke Rüstung. So. Ja, sieht eigentlich ganz cool aus. Also ich finde sie immer noch besser als die Lackierung, die es auf dem Spielbrett gab. Die es derzeit gab da. Sie passt ein bisschen mehr zum Quantum-Thema. Und sie ist halt kostenfrei. Also sprich, kostet gar nichts. Und es ist halt, ahnung für sich, eine hübsche Lackierung. Die man sich mal anziehen kann. Passt. Gut. Das war es jetzt erstmal dafür. Weil dementsprechend packe ich jetzt erstmal die Rüstung weg. Weil die ist ja jetzt noch nicht dran. Ist jetzt heute mal ein bisschen kürzeres Video als sonst. Aber. Jetzt wisst ihr, wie ihr euch eine Nuka Cola Quantum Power Rüstungslackierung für die X-01 holen könnt. Denn bedenkt bitte, gibt es nur für die X-01. Nicht für die anderen Rüstungen. Dementsprechend. Ja. Machen wir jetzt hier einen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.